Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Internetbetrug, die verschiedenen Maschen der Kriminellen aus dem Internet. Das Internet wird zunehmend zum Tummelplatz für Betrüger. Fast alle Betrugsarten, die wir heute feststellen, haben Bezug zum Internet. Der Betrug in der analogen Welt ist da fast schon die Ausnahme. Die Fallzahlen steigen weiter. Laut polizeilicher Kriminalstatistik gab es im Jahr 2020 bundesweit mehr als 130.000 Fälle computerbezogener Kriminalität. Gegenüber dem Vorjahr, also 2019, ist das eine Steigerung um 6,2%. Kreative Kriminelle bringen viele Formen des Internetbetrugs. So bunt die Welt des Internets ist, so vielfältig sind auch die Erscheinungsformen des virtuellen Betrugs. Gemeinsam ist fast allen Menschen, dass sie ihre potenziellen Opfer bei den eigenen Bedürfnissen packen. Bei der Hoffnung auf einen unerwarteten Geldsegen oder bei dem Wunsch, aus einer Notlage herauszukommen. Außerdem gibt es noch das Ausspähen von sehr persönlichen, sehr wertvollen Daten, wie PIN- oder Kontonummern. Einige Betrüger begehen Identitätendiebstahl, ebenfalls mit dem Ziel, an fremdes Geld zu kommen oder Waren auf Kosten anderer online einzukaufen. Ich habe euch mal ein paar Beispiele und Maschen vom Internetbetrug zusammengefasst. Falsche Gewinnversprechen Ähnlich gibt es diese Betrugsmasche auch einfach mit Anrufen. Man hat sich beim falschen Gewinnspiel online registriert und bekommt nach kurzer Zeit einen Anruf. Sie haben gewonnen. Beispielsweise ein iPhone. Na, und dazu gibt es noch eine kleine Zeitschrift oder einen schönen Lottogewinn, den man erreichen könnte, wenn man dann das Paket dazu kauft. Am Ende ist wieder wie immer eins klar. Gewinne gibt es hier nicht, sondern ausschließlich nur. Verluste. Falsche Geschenkversprechen Per E-Mail wird den Opfern mitgeteilt, dass sie einen hohen Geldwert oder einen sehr, sehr wertvollen Sachwert geschenkt bekommen hätten. Auch hier soll die angeblichen Beschenkten wieder die Kosten für die Abwicklung übernehmen. Und dann gibt es da noch die sehr, sehr alte Betrugsmasche Love Scamming. Ja, diese Masche gibt es immer noch. Auf Online-Partnerbörsen arbeiten Betrüger mit falschen Identitäten und Fotos. Gezielt bauen sie durch Chat-Dialoge, manchmal auch per Telefon, über einen längeren Zeitraum eine virtuelle Beziehung zu ihren Opfern auf. Und zwar so lange, bis sich die digitale Partnerschaft echt anfühlt. Dann beginnt die Geldforderung. Für zum Beispiel eine Fahrkarte oder weil der digitale Partner in eine finanzielle Notlage gekommen ist. Hier wird oftmals mit den Gefühlen der Mitmenschen gespielt. Und dann gibt es da noch die falschen Webseiten. Wer die Webseite seiner Hausbank über eine Suchmaschine in den Browsern wie Firefox, Chrome oder Edge sucht, läuft Gefahr, auf eine gefälschte Webseite geleitet zu werden. Dies hatten wir ja erst in dem letzten Informationsvideo. Diese sehen der originalen Webseite der Hausbank täuschend ähnlich aus. Auf der gefälschten Seite werden Verbraucher und Verbraucherinnen dazu verleitet, Kontodaten, Passwörter und TANZ einzugeben oder beispielsweise eine bestimmte Telefonnummer anzurufen, um dann die Bankinformationen der Opfer zu erhalten. In manchen Fällen wird hierzu auch ein Remote Desktop-Programm verwendet, wie zum Beispiel AnyDesk oder TeamViewer, um eben Zugriff auf euren Rechner zu gelangen. Fishing-Mails Meist erhalten die potenziellen Opfer eine E-Mail, die so aussieht, als käme sie von einer Bank oder einer Internetplattform oder zu einem Online-Shop. Gibt der Empfänger von der Fishing-Mail jetzt seine vertraulichen Finanzdaten oder Passwörter, also auch Zugangsdaten, in diese Webseite ein, leitet er die Daten direkt an die Betrüger weiter, sodass sich die Betrüger in eurem Namen auf der Webseite einloggen können. Von daher ist es immer wichtig, eine Zwei-Faktoren-Authentifizierung zu benutzen. Das bedeutet, bei den allermeisten Webseiten, wie zum Beispiel YouTube, Facebook oder auch Amazon, kann man ein zweites Passwort hinterlegen. Beziehungsweise hinterlegen ist das falsche Wort. Ihr habt ja euren Login-Namen und das Passwort. Und dann gibt es noch eine Variable, die jedes Mal verändert werden kann. Eine Nummer, die völlig durch Zufall generiert wird und euch per SMS aufs Handy geleitet wird. Im zweiten Schritt muss man dieses frisch erstellte automatische Passwort zusätzlich mit eingeben. Dieses Passwort könnt in der Regel nur ihr wissen und nicht die Betrüger, da eure Handynummer bei dem Portal hinterlegt war. Und dann gibt es da noch die falschen Wohnungsmarkt-Anzeigen. Die Wohnungsnot in manchen Städten machen sich auch Betrüger zunutze. Mit Inseraten von besonders attraktiven und günstigen Wohnungen machen sie auf sich aufmerksam. Dann fordern die Betrüger von Mietinteressenten eine Vorleistung. Die erste Miete zum Beispiel oder die Kaution im Voraus zu bezahlen. Sobald das Geld überwiesen wurde, bleibt die versprochene Zusendung des Mietvertrages oftmals aus. Einen Wohnungsschlüssel erhält man sowieso nicht. Aus diesem Grund sollte man auf keinen Fall, bevor man die Wohnung überhaupt gesehen hat, irgendeine Leistung liefern. Und obendrauf gibt es dann auch noch falsche Stellenangebote. Bei betrügerischen Online-Stellenangeboten versprechen die Täter den Arbeitssuchenden oft Traumjobs und beste Bezahlung. Die Bewerbungsgespräche finden ausschließlich am Telefon statt. Es dauert nicht lange und schon wird einem eine Art Arbeitsvertrag angeboten. Jedoch um den Arbeitsvertrag und die Arbeit antreten zu müssen, müsse man hier natürlich seine Daten zusenden. Also den Personalausweis in Kopie. Und weitere Beweise, dass man da wohnt, wo man wohnt. Und schon ist der Identitäten-Diebstahl rund. Eine andere Form des Betruges ist, dass man zum Beispiel finanziell in Vorleistung treten soll. Für zum Beispiel Uniformen, Arbeitsschuhe oder ein spezielles Hemd. Das kann schon was kosten. Sodass man hier auch gerne mal wieder zu 200-300 Euro in Vorleistung gebeten wird. Grundsätzlich sollte es in einem Arbeitsverhältnis allerdings doch immer so laufen, dass der Arbeitgeber genau für diese Dinge selbst aufkommt und nicht der Arbeitnehmer. Denn eins ist klar. Keiner von uns geht aus Spaß arbeiten und weil er da Bock drauf hat. Sondern einfach nur, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Und weil der Chef möchte oder wenn der Chef möchte, dass ihr genau dieses Hemd tragt, dann hat er das auch bitteschön zu bezahlen. Wie kann man sich eigentlich vor Betrug im Internet schützen? Plötzlich Gewinne, ohne an einer Verlosung teilgenommen zu haben. Erbschaften oder Geldgeschenke von unbekannten Personen. Tja, da sollte grundsätzlich die Alarmglocke angehen. Das ist soweit schon mal klar. Grundsätzlich sollte man nicht in Vorleistung gehen. Vor allem nicht bei, tja, euch unbekannten Personen oder Unternehmen. Das gilt für angebliche Gebühren, für die Abwicklung von Geschenken oder Gewinnen, aber auch bei angeblichen Jobangeboten oder neuen Mietwohnungen. Gebt grundsätzlich niemals fremden Leuten einfach so eure Bankdaten am Telefon, ohne irgendwie mal in Kontakt mit dieser Firma gestanden zu haben. Und grundsätzlich solltet ihr niemals fremde Menschen Zugriff zu eurem Computer gewähren. Denn hier befinden sich eure persönlichsten Daten. Grundsätzlich sollte man, tja, von unbekannten E-Mail-Absendern ja auch immer schon gleich Missvertrauen mitschwingen haben. Warum sollte euch jemand eine E-Mail schicken und euch irgendwelche Erbschaften darüber mitteilen? Das macht man so nicht. Das macht grundsätzlich einen Notar per Post. Grundsätzlich sollte man auch auf sehr, sehr schlecht designte Webseiten achten. Ist das Impressum vorhanden? Oder ist die Firma auch in einem Handelsregister? Was befindet sich alles auf der Webseite? Teilweise kann man auch nachschauen, wenn man ein bisschen Ahnung hat, wie lange existiert die Webseite schon. Das sind alles so Kleinigkeiten, auf die man definitiv achten sollte. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese oder eine andere Masche hereinfällt. Informiert daher alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne noch auf das letzte Video oder schau dir gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.